Die Saison 2021-2022 ist over, damit auch die Championship und wir sind heute ein bisschen wackelig auf den Beinen, denn wir haben den weltbesten Manager heute am Start, the one and only Golla. Er hat die Championship gewonnen, damit auch den Mini Cooper SE, den holt er heute ab und wir haben alle Geschütze aufgefahren, denn Benj und Janni sind auch am Start und heißen ihn heute willkommen. Let's go! Solltest du noch nicht wissen, was die Kick-Bass Championship ist, hier eine kurze Zusammenfassung. In der Kick-Bass Championship 2021-2022 traten über 50.000 Kick-Bass-Manager gegeneinander an. Es galt mit einem Budget von 52 Millionen, das stärkste Team fürs Wochenende auf den Platz zu zaubern. Die stärksten fünf Spieltage flossen dann in die Gesamtwertung ein und Golla hat das Ding geholt mit 9.758 Punkten, neun Punkte Vorsprung nur vor Platz 2. Glückwunsch und ab zum Video. Was geht, ey? Schön, hier zu sein. Glückwunsch, Alter. Willkommen. Danke, danke. Du kommst heute zurück mit einem neuen Auto einfach. Wie krank ist es? Also mich freut es riesig, ja. Ich fieber jetzt schon seit zwei Wochen drauf hin und ja, es ist einfach eine Riesensache, ja. Aber du kriegst es natürlich einfach so, wir müssen das Ganze auch vertreiblich unterschreiben. Deswegen hoch ins Office, ab geht's. Ja, danke, Männer. Aber wo sind jetzt eigentlich die Schlüssel? Ja, komm, geh mal zum Auto, du kriegst du da. Let's go. Let's go. Junge, Junge, letzten Meter. Letzten Meter. Wie sagt man bei der Schale? Da ist das Ding. Da steht er. Verträge sind unterzeichnet, Mini Cooper SE steht bereit. Johannes, dein Schlüssel? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dank. Und wenn du jetzt sagst, was müssen die Leute besser machen, um dich zu schlagen nächstes Jahr? Hauptsächlich match-up-bezogen aufstellen. Wenn die guten Mannschaften gegen die schlechten spielen, aber ich bin hier immer komplett auf die guten Mannschaften mit drei Spielern gegangen und es hat ganz gut geklappt. So sieht's aus. Mehr hat's verdient, dein Auto. Wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt das auch. Nächstes Jahr neue Chance. Kick-Base Championship in der ersten und in der zweiten Liga nächstes Jahr. Seid dabei, kommt rein, spielt mit, um eventuell ja wieder Mini Cooper SE. Bis zum nächsten Mal.